also wer die life is strange teile nicht kennt es gibt hier nicht immer nur happy ends und tolle superhelden und tolle dinge jetzt auch teilweise echt anders ab ja das ist chloe's bude wie man sieht ich habe es im griff oder beantworte mir erst eine frage ich würde gerne erst eine frage beantwortet haben über dieses d ob jaxer jetzt ein kleines oder auch sogar ein großes d drücken da findet es möchte jaxer klein tipp warte erst bis dana gedrückt hat sonst wird das nicht lustig also ich habe es im griff oder die beantworte mir erst eine frage kommt damit entscheiden ich habe einfach audio den chat die annie schreibt die sie möchte erst eine frage beantwortet haben was möchten ja dann danach schreibt es ein d jaxer jetzt darfst du das d schreiben daniel schreibt auch die jaxer stimmt mir zu das ist gut alles klar dann beantworte mir erst eine frage auf geht's ich habe ein question to ask you first i mean a favor you can't be fucking serious i need to find that woman from yesterday sarah frank what the hell for something important so mal ehrlich sagen wir sagen direkt ich helfe einer freundin oder machen wir so ein persönlicher ding es würde mir sehr viel bedeuten plädieren wir an sein mitgefühl a ich helfe einer freundin oder d es würde mir sehr viel bedeuten also ich würde ja das andere gehört klingt so ok jetzt reize ich mischt sich ein es würde mir sehr viel bedeuten ok so dann irgendwie ich bin ja dann auch zu willen oder so aber ok wenn ja 30 möchte d was wollen ja ein a oder ein d ich weiß es ehrlich gesagt nicht bin unentschlossen daniel schreibt a ich helfe einer freundin annie schreibt d also 2 zu 1 und haben wir noch jemanden jaksa jaksa und da also dana welcher meinung ist jaksa ich zähle ich immer zwei der ingo das verrückte ls-huhn hostet uns mit 96 zuschauern hallo affenbande na ihr habt da genug gebaut und den ingo beim steht gegen paar raden das und wer hat der genug wenn ingo beim bummeln zugeguckt ja willkommen kann da schön dass ihr da seid hallo zusammen also ich schreibe jetzt einfach mal d und dann passt das so würde mir sehr viel bedeuten ähm eben kleine info wir spielen heute mal was ganz anderes am kanal hallo coffee hallo martin ähm wir spielen heute adventers weil mein team ist ja im urlaub wisst ihr ja und ja hallo affenbande so es wird mir sehr viel bedeuten machen wir rein wo ist die affenbande beim bummelbären na das wird was ja ich kann dir sagen bummeln im quadrat okay das lief ja super ja euer den ne ich wollte es nur sagen ja schön dass du da seid hoffe ihr hattet spaß bei ingo habt ihr ein bisschen was geschafft mein coffee ist ja da dann kriegt der ingo meistens ganz so viel ich habe ja du als einziger halt zwei stunden freizeit duschen wäre der hammer aber kommen jetzt erstmal was gibt es denn hier nächste die haben wir schon vorgelesen max wenn man darüber nachdenkt ist es unglaublich dass irgendwer irgendwie mit irgendwas vertraut zum beispiel die sterne wir lernen so viel über sie in der schule doch niemand erzählt uns den wichtigsten fakt über sie einige davon sind tot und da vertraut rachel mir mit der wichtigsten sache ihrer welt ihre richtige mutter zu finden sie hat mich nicht sofort darum sie bat mich nicht sofort darum anfangs wollte sie nicht mal reden es war wie auf dem schrottplatz vor ein paar tagen aber diesmal drehte ich nicht durch ich ließ ihr freiraum hier ist etwas das du nie gelernt hast max wenn jemand an dem die etwas liegt leidet tust du alles in deiner macht stehende um für sie da zu sein wort ist die die meine frisse auch wenn das heißt die sterne in ihrem zimmer erstrahlen zu lassen damit schaffte ich es dass rachel sich öffnete und mich bat ihre mutter zu finden ich sagte ihr ich denke dass ich es schaffe falls ich frank erreiche und den truck zum laufen bringe haben wir eine chance chloe beschwörende sterne wir haben noch eine neue sms ich habe ein bisschen oben immer anfangen das sind viele wo haben wir denn warte mal wo geht es denn jetzt hier zum thema hinter der bühne da vermisst du mich schon na klar wir treffen uns in zwei stunden mit frank auf dem schrottplatz der gegenseit zusammenbringen heilige scheiße yep ich bin noch zu hause dusche und werkzeuge für den truck einsammeln also treffen wir uns am schrottplatz ich glaube dort ich werde dort sein du bist unglaublich chloe price also merken wir uns duschen und ähm werkzeuge sammeln mit diesen müller auf dem was braucht wäsche wäsche mann hier schuldig dass man haben die menschen geht sich nicht mehr den manchen die bischen beliebt mich für mann sind abnehmen okay ich glaube die pflanze könnte ein bisschen wasser brauchen oder was so ganz spontan mit limo könnte meine bessere hälfte sein haben wir da ein werkzeug drin dann gehen wir mal duschen würde ich sagen okay dusche die wird ja wohl einfach sein ist victoria schreibt eine jetzt muss man warten ist fertig geschrieben hat es kann also nicht vorlesen ich kann ja niemals so schnell schreiben das geht doch gar nicht ob ich das vorlese ich weiß ja nicht okay von victoria also hatte ich von anfang an recht rachel amber ist ein bösartiges missstück oh ja das ist die absolut du hältst dich jetzt wohl für ihren kumpel ich habe diese schule so satt niemand hat sich gestern einen scheiß für mich interessiert alles wird sich um rachel 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 oh man wenn du ein schrecklicher mensch bist und auf einmal alle erkennen das ist einfach das schlimmste äff dich chloe ja dusche ist hier ich glaube das wird ja so kaffee ist aber leider schon wieder weg langer tag voraus viel spaß noch kaffee dankeschön für euren was war schweizierer ok kann man schon noch brauchen ein rasierer wollen wir das sehen ich wollte schon sagen komade oh gott ja es in ihr ist ihr zukünftiger schwieger stiefvater das wird bestimmt super noch mit dem beine ich sehe beine ich das hasse aus der heißen dusche tut dann auf du die auf fliesen raus steigen das ist ja so das ist ja gar nicht malz oh ah da fällst du die farbe wunders clock an alles klar ok also gehen wir uns bei mama das geht natürlich auch da ist fußbohlen heiß um den mann ach so das kann ich ja nicht riechen was haben wir denn hier outkopf totenkopf outfit bonus outfit mit drache bonus also welches wollte er haben mit totenkopf oder mit einem drachen oder ich habe keine ahnung wie die die anderen aussehen ehrlich gesagt ach so und das wäre dann so wie vorhin das also oder wollte er was anderes drache drache ok ok dort ja mal drache ist ja schon gut ob frage ich eigentlich war eigentlich klar so es gibt drache auf geht's doch eigentlich gar nicht so schlecht aus oder können wir lassen ihr wolltet drache da habt ihr drache so all right one last thing i need to get that's tools so i can fix that truck dad's toolbox should be in the garage down stairs nur dann das ist doch nicht so einfach dann gehen wir mal runter hier geht's what are the chances i can avoid mom or david ich tipp mal drauf nicht gut abonniere wieder wieder und